echt wahr und dann guckt er so und er sagte alter wo hat er nur diesen netter her und ja 12.09 bei nitrate.de ist doch beschadet warum sagst du das und dauernd alter ich finde das so geil und ich hasse das ich finde das so geil auch wenn die werbung so bescheuert ist weil ich finde sie geil ganzen leute auf facebook und so eine scheiße gehen nicht auf ja ich will jetzt mit dem rind befreundet und du bist mit dem rinder facebook befreundet aber noch nicht mit mir und mich scheiße findest ist so streit es nicht was bist du mit ihm auf facebook befreundet ja mit ihm mit ihm schon damit die weder nicht er ist es ist so du bist echte vorderpenner man fips nimmt niemanden auf facebook an ich habe noch keine ahnung drei andere oder zwei mit dir glaube ich drei andere auf der auf der nicht freundes liste also ich kann jetzt immer noch bestätigen ja das ist ja das schlimme aber ich nehme die freundschaft zur infrage jetzt zurück dann demnächst kann ich wohl dann kannst du nicht gar nicht nein das geht nicht mehr wirklich geht das nennst du ja die kann man merkt du bist vor der facebook weißt du ich kann doch nicht jetzt nur nur der macht man auch der macht man 3l pace babo schwert wieso kostet das so viele level verdammte scheiße und jetzt nicht mehr ok 3l pace babo schwert das muss ich natürlich es kostet so mal wieso ging das jetzt nicht schön dass du es offline machst ich nehm doch schon nix wieder auf echt ja lol was ist das denn du hast nicht mal 321 wie immer gesagt ja ich habe einfach gesagt und da haben wo er denn und alle fanden sich nur wo er diesen meter her damit war die aufnahme begonnen ich habe gerade ein buch verschwendet ich idiot also man kann die verzauberung nicht noch mal ändern wenn es einfach verzaubert ist naja wesens heißt es jetzt ist riep ist babo schwert ok du musst das buch und so da reinlegen ja es funktioniert aber nicht nur ein zweites mal ich swear da musst du wirklich zwei schwerter da musst du wirklich zwei schwerter ne ja da müssen wir noch mal fahren gehen also moine schaue das kommt hier rein und alle fragten sich nur wo hat fips diese sexy rüstung her die leuchtet ja kannst mal sehen deine auch aber nur dein ober dein brustkörper ich verzauber das jetzt mal mit der restlichen der wende ich habe auf level 1 schuss sicher 1 schutz 1 und schuss sicher 1 ja gut jetzt können wir es geläte so gut wie gar nichts mehr anhaben hier wisst du was projekte protection ist ja das ist schuss sicher da habe ich ja überall ja du musst dein minecraft mal auf deutsch stellen oder weißt du wer der babo ist ist das ganz gelegt nein englisch englisch ist klassik ich hasse dich immer noch dafür dass du es umgestellt hast weg nicht man genauso wie rind und so ja wir können das halt ne wir sind halt alter dieser not back ist so geil warum warum stellt man das eigentlich um ist man zu faul englisch nein ich kann auch englisch aber ich mag es halt gern auf deutsch ich mag halt gern gute deutsche minecraft arbeit ja alles klar warum schießt mich ans geläte schießt mich an man ich krieg fast gar keinen schaden davon also gegen skelette bin ich jetzt schon mal der babo ne jabo ist wissen wer da ist wie es alter normale protection aber besser dann bist du gegen zombies und gegen skelette aber ist okay ich bin erstmal gut gewappnet würde ich jetzt mal behaupten so für das wissen wer der babo ist ich glaube ich gehe naja das nutze ich nicht was dann ne bock suchen ja doch eigentlich schon weil wir bräuchten tränke scheiße was hast du hochwert auch nichts wichtig ist ich sehe alles minion alter dieser knockback hier drauf erstmal so heftig heilige scheiße das diamant schwert ist schon geil du kannst die spinnen damit wir jetzt vor dir her treiben nein jetzt geht doch alter was ist denn das für ein scheiß man baue ich eins zu macht er das nächste loch haa ist doch geil ne eben nicht weißt du das ist uncool ne das ist geil ja ne doch gib es zu nein man das ist ungeil doch ich bin im nether was wird es denn da ne bock suchen soll ich dich begleiten nein ich hab keine lust mehr ne ich hab keine lust mehr wir brauchen aber eine ja aber die sind so weit weg ne das stimmt doch gar nicht das ist eine ausrede man ist voll die ausrede mit ich in nethermus ich bin schon lange drin ja allgemein ist so jetzt da gibt es keinen sind mehr sind mehr nur auf die haus zu reden das telefon klingelt warte mal ich äh ganz klar wenn ich bin mal eben vom pc weg ja ja schuppdi du und schuppdi ach ja mhm professionalität was ja vielleicht war ich das ja vielleicht war ich das ja das geht denn hier ab man es ist nein man hat deinen schrei gehört ja aber du hast den nur gehört achso denn hab ich ja umsonst gelacht man nein äh dich hab ich noch gehört also äh ja ja das will ich auch hoffen ich hab noch gehört ich hab hier schon vor mich her geredet nicht äh ja ich muss gleich mal meine mam zurückrufen scheiße drückt er seine eigene mutter weg ja ist so ich hab hier echt aufgelegt man und verschämt halt ich muss mal ne sms schreiben was ist das denn ich muss mal ne sms schreiben alter der macht ne aufnahmepause oder so nein nein ich schreibe jetzt einfach kurz ne sms mir gehts gut du brauchst mir nicht anrufen 10 minuten so ne sms da kommt sie mir klar scheiße ich hab hier mein ganzes mikrofon umgerupft und ah scheiße okay äh ich hab hier noch gold gebraten das gibt auch noch ein bisschen level du hast du schon die hälfte rausgenommen oder bist du ganz dreist ne was was ja gibts doch zu gibts doch einfach zu nein ich hab aber kein ich weiß ich hab dir einfach nur die hälfte da rein getan aber ich dachte du gibst wenigstens irgendwas zu ja siehst du ich bin nicht so ich hab mir das wissen leider war wo ist ich mach das auf das eigenschwert ich mach das auf das blub bleh blub nein das ist verschwendung wenn du das machst dann ruf ich gleich deine Mutter an. Wieso denn? Das ist doch legitim. Weil das Eisenschau kannst du ja auch immer wieder reparieren. Nein. So viele Diamanten haben wir nicht. Nein. Ich weh, das geht gar nicht. Ich krieg zu viel. Was denn? Ich hab jetzt bei den anderen Blast Protection gekriegt. Ja. Ja. Dann packe ich meine zweite Chessplatte, Chessplate, also meinen Schutz, meinen Bus Dingens in den Enchantment Table. So, ich hab's getan. Danke. Ich hab's doch nicht getan. Rufelt. Du brauchst dafür Level, das ist dir klar, ja? Ja, das hab ich doch eben, das war doch eben schon verzaubert. Was ist denn das jetzt für eine Verarsche? Ja, ist klar. Was ist denn das für eine Verarsche, Mann? Ist klar. Ja gut, dann hab ich's halt nicht gemacht, dann warte ich ja doch noch. Wer ist hier der gestörte? Können wir Diamanten farben? Nein. Warum nicht? Wir gehen jetzt in den Netter an der Box suchen. Die Box suchen? Nee, nee, nee. Immer dasselbe mit dir. Wir müssen vorankommen. Ja, 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 nein. Natürlich. Ich weiß. Fünf Minuten hast du Zeit. Komm, komm, lass, 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 lass. Ich brauch nichts ablegen. Dann komm. Bin jung. Ich brauch mein Diamantschwert. Reapace, Bawo, Schwert, muss am Start sein, Mann. So, Rania, aber. Hab ich eigentlich eine Erse dabei? Ich weiß es nicht. Kann ich noch nicht direkt nehmen. Ich hab auch keine mehr dabei. Aber guck mal, ich kann den hier machen. Wow. Seh ich nicht. Wow. Heilige Scheiße, Mann. Ich grab mich einfach grad durch. Einfach mal Instant 48 in den Drugs. Wo bist du, wo bist du? Nein, geh nicht ohne mich. Wow. Ah, Festung. Nee, doch nicht. Echt? Nein. Ich dachte, das war grad ne Loh, aber das war ja ein Ghast. Komm her, komm, komm, komm. Ja. Wir sollten uns. Hier ist ne Festung. Was? Ja. Hier ist ne Festung. Hier ist ne Festung. Hier ist ne Festung. Loh, und im Tech-It-Let's-Play suchen wir uns nen Wolf. Nein. Im Tech-It-Let's-Play haben wir auch vor der Nasein. Ja, das hab ich aber vorher erst mal gesucht. Wo denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja mal direkt vor der Nase, Mann. Wo bist du denn? Ich geh hier runter auf die Festung. Wo bist du denn? Ich bin unten auf der Festung. Komm mal wieder hoch. Nein, ich komm jetzt nicht wieder hoch. Ich geh jetzt da rüber. Ich hab mich gar nicht gesehen, wie du runtergegangen bist. Ja, ich bin schnell wie der Wind. Komm halt hier runter, Mann. Ich brauch deine Unterstützung. Nee. Wenn ich nicht weiß, wie du runtergegangen bist, kann ich auch nicht selber runtergesprungen. Runterspringen werde ich nicht. Es springt doch keiner runter, Alter. Nee, 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 nee. Boah. Dann will ich sterben. Schieß nicht auf mich. Oh, scheiße. Wizzerskelett. Oh, scheiße. Ich brenne. Nein. Jetzt hab ich den Pickmann angegriffen, Mann. Heilige Scheiße, Mann. Heilige Scheiße. Ich brenne. Komm hier, komm hier hin. Ich sterbe. Komm. Komm, du. Ah. Ach, die Fresse, Mann. Ah. Ah. Ich sterb. Ja. Geil. Ich hab dein Babo-Schwert. Voll die Alarmanlage. Ah. Jetzt komm auch wieder rein hier. Ja, ich bin schon da. Bin schon unterwegs. Ja. Ach, du kannst gar nicht runterspringen, ne? Du stirbst jetzt. Ja, scheiße. Weil du keine Rüstung hast. Kann ich mich TP'n? Ja, wenn du drin bist, kannst du mich TP'n. Lash-tip. 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 Thank you. Ne, super. Wo ist dein Schwert nun auch nicht? Rüstung? Rüstung, Rüstung. 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 So. Ja, doch eigentlich schon. Dankeschön. Dankeschön. Wo sind meine Pauk-Chops? Ach, die haben sich vereint. Ja, mach die Hälfte oder so. Fast schon, hier ist doch keiner. Ja, nicht mehr. Aber wir müssen eh reinkommen. Ja, oder two. Wir müssen mal eh rein. Nein, wieso? Da vorne ist so ein Lohnspawner. Ja, aber wir brauchen noch Warzen zuerst. Ja, dann geh du zu den Lohnen, ich geh zu den Warzen. Ich geh zu den Lohnen. Ich muss das mal ein bisschen up-safen da hinten. Up-safen. Weiß nur nicht, wie ich dann zurückkomme. Weil diese scheiß Lohnen, ne? Ich schwör. Ich schwör. Ich schwör, oder? Weil ich mich grad auf Schrocken als Hikmet. Die dürfen nicht hochfliegen können. Das heißt, ich baue hier mal so eine Begrenzung. Geht's hier runter? Ja, ich hab na... Nazen hab ich. Nazen? Ich hab Nazis. Yay. Freust du dich darüber, dass ich Nazis hab? Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich weiß nur nicht, wie ich zurückkommen werde. Orientierung. Silo da draußen? Wieso ist sie da draußen, ne? Ja, irgendwie schon. Das ist ein Garst. Ja, die ist da draußen. Mach mal. Na gut. Nein, Mann, ich brenne schon wieder. Komm, die muss noch lang gehen. Ja, ich hab eine Lohnroute. Wir könnten eigentlich gehen. Ich hab alles. Wir brauchen nicht nur eine. Wir brauchen eine für den... Eine für den Dingens. Ja, und dann brauchen wir noch mehrere für, äh... Für? Sag schnell. Ähm, ähm... Wir brauchen nur noch Heidtränke. Glistery Melon. Glistery Melon. Ja, da braucht man ein Goldnugget für. Nein. Doch, braucht man. Da braucht man ein Dingenspulver für. Nein, braucht man nicht. Ich auch. Nein, braucht man nicht ohne Scheiß jetzt. Guck im Wiki. Das weiß ich aus dem Kopf, dass man dafür nur eine Dingens braucht. Alter, wie kann ich mich denn da treffen? Das ist doch schwul. Ich bin ein Goldnugget. Seit wann das denn? Das war auch mal mit Dingens. Ach, Quatsch. Das war noch nie mit Dingens. Alter, diese... Diese Verge... Natürlich. Aber... Nein, das war noch nie so. Doch. Nein. Ich spiel Minecraft schon länger als du. Ja, und, aber du hast länger aufgewandert. gehört als ich. Nein, glaube ich nicht. Ich habe die ganze Zeit Minecraft gespielt. Natürlich. So, hier kann ich jetzt richtig geil farmen drin. Allerdings, wenn ich rauskomme, bin ich am Arsch. Naja, egal. Ich habe schon irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo ich rauskomme. Ich habe einen Abmarschlein gefunden. Das ist so gut. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist nicht gut. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich glaube. Auf dich. Denke ich mal. Bet ich. So. Ich fahre mir erst mal fett lohnen. Jetzt muss ich hier raus. Renne! Renne! What the fuck, man! Ah, ich habe dich gesehen. Heilige Scheiße! Alle schießen auf dich. Ah, da bist du. Guck mal, ich bin über dir. Wie komme ich denn hier raus? Heilige Scheiße, Mann. Falsche Richtung. Ich weiß. Ich muss mich hochbauen. Scheiße, Alter. Ich muss hier... Weck mich am Arsch. Lauf, hübs. Lauf! Lauf! Nein, halt die Hals. Lauf! Halt es doch vor mir fern. Ja, jetzt schießen sie eh nicht mehr. Ich wollte nur so ein bisschen Melodraumatik einbringen. Nein! Bist du bekloppt, Mann. Was machst du denn? Frückte Mongo! Wir sind hier nicht bei den New Kids. Wäre cool irgendwie, wenn wir mal über die New Kids sprechen würden. Ich finde, dass ich würde das feiern. Nein. Doch. Ey, frückte Mongo! Die Chaos haben uns voll fett fertig gemacht, Junge! So. Äh. Ja, da müssen wir rüber. Also noch hochzumachen. Hast du noch Nether Rack? Ja, zehn Stück. Toll. Ah, da kommen wir doch mit hin, oder? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch hier noch rüber. Na. Ja, Junge, jetzt gehen wir voll fett hier hoch. Und machen hier voll fett die Bitches klar. Das hört sich kein Stück nach denen an. Ich war als Junge. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Ach, doch nicht. Hier lang. Ja, aber da hier unten ist... Nee, da Quarz. Das muss ich noch mitnehmen. Ich geh schon mal vor. Wat mutt, dat mutt, ne? Da, 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 verstehst du? Sie ist unser Portal. So ein wunderschönes Portal. Unser wunderschönes Portal. Ja, es ist so wunderschön. Für mich ist es wunderschön. Ja, ich nehme jetzt das Portal. Ich nehme jetzt hier den Quarz noch mit und danach... Soll ich das... Soll ich das Portal aus Versehen mal abbauen? Ja, aus Versehen. Nein. Ich kann auch ein Gas drauf schicken. Na ja, komm, mach gerne Scheiß jetzt. Ups. So. Da oben ist noch Quarz. Ich muss mir mal die Nuke jetzt wieder angucken, ey. Ich muss mir das echt mal wieder angucken. Wo läuft denn das? Kommt die Central, oder? Ich finde es echt... Das läuft nicht mehr. Das wurde leider abgesetzt. What the fuck? Nach dem zweiten Film. Die Nuke jetzt kann man doch nicht absetzen. Das kannst du doch nicht machen, Muschi. Boah, ich hab das so hart gefeiert damals. Das war auch richtig geil. Auch wenn es dämlich war, aber es war geil. Ich hab's gerade in den Film im Kino gesehen. Ich hab beide Filme im Kino gesehen. Du auch? Ich hab nur einen gesehen. Ach so. Der zweite, der war mit dieser Zombie-Apokalypse, sag ich jetzt mal. Boah, das war trotzdem Hammer. Also, das hat sich echt gelohnt, da mal ins Kino zu gehen. Ja, beim zweiten nicht mehr so. Da war ich schon etwas enttäuscht, muss ich sagen. Aber der erste war Hammer. Also, ich kann wie gesagt nur vom ersten reden. Ich hab den ersten nur gesehen. Wenn du jetzt stirbst, wenn du jetzt stirbst. Oh mein Gott. Alter. Oh, Schnappatmung. Ich bin gerade so runtergefallen und da war unten so Lava. Und ich bin einen Block genau davor gelandet und hatte noch ein Herz. Geh einfach durchs Portal. Nein, ich will das Quarz hier. Oh nein, der Gast. Wo ist denn der? Oh, der geht mir am Arsch vorbei. Woher, wenn der jetzt das Portal zerstört? Oh nein, das macht der schon nicht. Das macht der nicht. Leck mich. Leute, diese Gas sehen ja hier immer mega scheiße aus. Also, da hat man aber was geraucht hier, ne? What the fuck? Was geht denn hier ab, Mann? Hier muss ich raus. Aha. Wo ist denn das Portal? Wo ist das Schatzportal? Wo ist das fucking Portal, Mann? Ach, da oben. Ne, oder doch nicht. Ich weiß es nicht. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du in jeder zweiten Folge rumschreibst, wie ein Mädchen? Ja. Stehst du drauf? Ja, natürlich. Scheiße, Mann, Alter. Ich muss hier raus, Junge. Da oben ist das Portal. Jetzt schwebt der Gas genau über dem Portal. Ich bin so am Arsch, Alter. Hast du einen Bogen? Hast du einen Bogen? Nein. Da macht der einen Muschi. Nein. Wo ist der hin? Wo ist das Gas hin? Katze, was willst du? Das kann doch nicht wahr sein. Der kann doch nicht aufschwebeln, Mann. Okay, jetzt muss ich hier. Extreme, 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 Action. Komme. Ja. Ich schlag den Feuerball zurück, Junge. So ein Feuerball, Junge. Komm her. Nein. Ich fahr hier runter. Ich sterb, Mann. Tag, Junge. Ich fahr hin. Mal fahr hin. Ja, mal fahr hin. Junge, so ein Feuerball, Junge. Ich muss er da zurückschlagen können. Junge, so ein Feuerball. Hat er den Vollkross kaputt gemacht. So, warte mal. Ich muss mal hier jetzt ernsthaft zur Sache gehen. So. Bringst du mir bitte einen Blaze-Powder? Junge, du gast. Du gast. Der macht die Scheiß-Gast. Alter, der macht das Portal kaputt. Der macht ohne Scheiß immer zu kaputt. So, ich bin draußen. Geht doch. Ja, ich hab, äh. Ich geb mir bitte den. Drei Blaze-Root-Root-Root. Ein Bauch. Na, Moment, Moment. Die mache ich jetzt erstmal hier, ne? Gib mir doch einfach einen Blaze. Ah, ich glaube, ich hab grad was. Wenn du die jetzt beide, äh, alle verarbeitest. Nein, ich hab drei Stück gehabt. Ich hab noch eine Lohnrute. Reicht das? Ja, eine reicht. Sicher? Wofür hast du die anderen verarbeitet? Moment. Gib mal her. Komm her. Ich muss kurz was nachgucken. Gib dir her. Ich muss kurz was nachgucken. Warte. Ich frisse. Brewing. Alter, anstatt mir das einfach zu geben. Okay. Ja, ich muss das einfach mal nachgucken, Mann. Ich will es selber bauen. Ich will es selber bauen. Ah. Öh. Kugel. Was willst du denn haben? Lohnstaub. Lohnstaub, bitte. Nein. Ich will die Dings. Wieso denn? Warum hast du die verarbeitet überhaupt? Ich hab doch noch. Ich baue doch gerade das Ding. Ja, ne, beeil dich mal, Mensch. Leck mich, Mann. Nein. Hast du niederwarzen? Du riechst mich jetzt schon wieder auf. Hast du niederwarzen, Mann? Hast du niederwarzen? Hast du niederwarzen? Boah. Du brauchst immer drei Stunden länger, Mensch. Ja, ich muss doch mal schauen. Ich muss mich doch mal informieren, Mann. Nein. Doch. Anstatt es mir einfach zu geben. Nein. Ich will selber rausfinden, wie man das macht. Warum hast du Blaze Powder gemacht? Warum hast du Blaze Powder gemacht? Warum hast du Blaze Powder gemacht? Weil du das doch wolltest, oder nicht? Nein. Ja, dann hab ich das jetzt trotzdem, weil ich es kann. So, ich hab hier oben den Braustunden gemacht. Hau da mal niederwarzen rein. Beziehungsweise Dings. Verstehst du? Nein, wir haben da jetzt noch gar nichts. Ja, warum denn nicht? Weil die Folge zu Ende ist. Weil wir nicht so weit sind. Die Folge ist eigentlich schon längst zu Ende. Verdammt. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ciao. Aua.